wenn am handy der messenger probleme macht kann es sinn machen den cache zu löschen und dazu drücke ich länger drauf und kann auf app info klicken und dort gibt es die möglichkeit hier auf speicher und cache zu klicken und jetzt kann ich cache leeren das kann helfen ich kann auch brutal sein speicherinhalt löschen aber dann löscht sich wirklich alles das ist ähnlich wie app deinstallieren neu installieren man muss sich dann wieder neu anmelden auch das kann helfen also erst inhalt löschen deinstallieren neu installieren und schauen ob es dann besser geht